Nach der Erfindung des Films und der Filmkameras ist es Ende 19. Jahrhundert darum gegangen, die Technik zu verfeinern. Dass man mit einer Lichtquelle in einem Kuss und einem geschliffenen Glas ein Bild projizieren kann, hat man ja bereits von der Laterne Magica gewusst. So hat man jetzt statt ein einzelnes Bild einen ganzen Streifen zwischen Licht und Objektiv durchzogen. Und dass der nicht flackert, hat der Erfinder William K. L. Dixon einen 35mm Filmstreifen links und rechts perforiert und ihn beim Projizieren mit einer Handkorbe über den Walz gezogen.